Vor der Video zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stormblog mit C-Light-Fix, Mia, Oni, Shanks, Sora und Tiddy. Hallo! Hallo! Was hat Oni denn da gebaut? Wir haben ein Problem. Was machst du denn leichter gerade? Mia, guck mal bitte da rein. Ist da noch was drin? Stell den Grad für Geld, Thor. Jetzt nicht mehr. Ist das so ein Energie-Core? Ja, das ist noch ein Thermor. Also ein Fast-Energie-Core? Aha, okay. Ja, gut. Jetzt ist es wieder leer. Cool. Na Leute, das ist wichtig. Da darf nie was drin sein, was nicht reingehört. Niemals. Das gefällt mir. Nee, nee. Shanks, Shanks, ich hab gehört, ich krieg ein Geschenk. Wir brauchen nämlich unbedingt... Ohne, weil mich sonst hat hier oben die ganze Zeit was gesprochen. Dankeschön. Dass du oben aufleuchten bist. Wenn ihr richtig aufgepasst habt... Achso, da kam das Skelett her. Ich hab's falsch. Ja. Was ihr... Fünf Terra. Das ist cool. Äh, wie viel waren das? Äh, vier mal neun, Balui. Und fünf Dekantation. Vier mal wen? Vier mal neun. Jetzt wird das toll. Wie, vier mal neun? Ja, vier mal neun. Ja, vier mal neun. Was ist vier mal neun? Ich weiß auch nicht, was er meint. Ja, 36. Ah, ich wollte Mathe haben. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt? Was müssen wir jetzt nochmal anschenken? Welche Singularity fehlen noch? Fehlen noch ein paar. Äh, ne paar. Aber ich hol kurz nochmal Dracheneier, weil die... Das macht überall Römms. Ohne seine Schuld. Ja. Ich bin ganz sicher. Ich auch. Ich mag euch auch. Einfach Soundmuffler hinstellen, hörst du es nicht noch. Ja, aber meine Kühe sterben trotzdem. Das ist nicht... Was? Moment, wir müssen mal gucken gehen. Blast Protection. Wört ihr davor. Hab ich ihm schon gesagt. Hat er seine Kühe um? Äh, ich bräuchte einmal das aktuelle Buch. Was ist denn hier passiert? Frau Dino. Wo sind die Kühe alle? Kommt drauf an, was sie haben besitzt. So, nach und nach ganz langsam gestorben. Ich weiß nicht, was alles ist. Also ich hab erstmal das Wichtigste, was ich so kaufe. Oh, das war so schrecklich. Deins steht das an der Wand. Ja. Und der Missetäter? Ist der bekannt? Ähm, erst essen oder erst klingeln? Ich wollte ja auf Sora schieben, aber diesmal war es Oni. Ähm, einfach nur Rechtsklick und nicht schiften. Mr. Oni-Chan. Mr. Oni-Chan. Nee, keiner darf. So, Baloo. Hey, Föngst. Nee, ich kann dich vollkommen nachvollziehen. Fies? Ach, du warst da unten. Ich hab gedacht, da ist ein Loch. Entschuldigung. Ich hab nur jetzt hier alles mal ein bisschen ruhiger gemacht, dass die Mops nicht ganz laut explodieren. Dass Ding hier nicht ganz ein Pitzel-Pitzel macht und so. Okay. Du hast also dafür gesorgt, dass die Kühe jetzt leise sterben. Ja. Das ist immerhin etwas. Dann ist es wenigstens nicht mehr qualvoll. Zumindest nicht mehr für uns, ne? Ja. Oh. Nein. Fies. Titi bringt uns um, wenn du redest. Ey, Sora, Baloo. Ich glaub, ihr zieht ein bisschen an der Energie. Wieso? So, Leute, wir können weitermachen. Wir haben ein bisschen an der Energie gezogen. Wir können das Tab jetzt hier abschließen, aber wir brauchen hier noch eine Theorie in Alchemie. So. Also, woher weiß ich denn, dass die Rüstung hier stark ist? Man sieht gar nicht, dass da was draufsteht. Naja. Sora, schlag ihn mal. Was man beispielsweise einscannen kann. Mit deinem Schwert. Und da uns jetzt aber langsam aber sicher die Sachen eignen, die wir einscannen können, lasst ihn einfach kämpfen, dann sieht das selbe. Ähm, werde ich jetzt einfach nochmal durchgehen. Was soll ich damit? Ob ich irgendwo... Hochgehen und den Chaos Chicken töten. Los, zeig mir, wie das geht. Wollte schon mal scannen. Nein, das machst du kurz. Aber du musst mir erklären, wie das geht. Haben wir schon Infinity irgendwas? Brachenei gleich trocken wie normales Hühnerei und dann warten, bis der Chaos Chicken fertig geredet hat und dann Chaos Chicken mit dem Schild angreifen. Ah ja, okay. Wo war's hoch? Chicken, chicken, chicken. Ja, da bei dem Dings. Ja, ne? Balooie, wo bist du? Bin hochgegangen. Balooie. Bei dem Dislocator-Petal? Da, oh. Stimmt, da war das. Ja, ja, hast ja recht. Den hab ich noch nicht gesehen. Ich komm dann vorbei, wenn du sagst, du überlebst das. Du kannst mich mal. Hallo? Ist ja die Wahrheit. Jetzt das Problem ist, ich weiß nicht mehr, in welche Richtung unser Dings war, aber... Du bist die Testperson. Ich hab Raw Chicken im Inventar. Ich brauch aber Raw Rabbit. Ja, aber ich glaub, die Frage war eher, woher kommt's. Erstmal teste ich jetzt mal... ...Mopfer. Wir können mal nachzupfen, indem wir... ...konfirmiert kommen. Nein, haben wir nicht. Äh, ich sollte mal vielleicht mal Magnetien in den Aufraum ausmachen. ...und welchen Sachen wir jetzt haben. Observatory und Theory. Das sind alle Theory und das sind Observatory. Oh. Okay, Alter. Dragon Egg wird gedroppt. Drop the Egg. Du schaffst das. Oh, du schaffst das. Oh, du schaffst das nicht ein bisschen eng? Das ist echt sehr eng. Ich brauchte den. Bloß um den Chor zu bauen. Badooy? Ja? Du schaffst das. Irgendwann, irgendwie. Willst du eventuell das auf Greenstone setzen und praktisch komplett ein bis hierhin machen? Die Sachen sieht ja auch gut aus. Also ein Breiter, die Kuh. Und wird das denn so groß ist Ei? Äh, Chaos schicken. Und das Ganze überhaupt. Du ahnst nicht, wie groß das wird. Ja, aber da muss man die Konnte direkt daneben stellen oder willst du die Inbarn stellen. Naja, es wird immer noch größer, solange die Fahrt da oben lädt. Ich will, ich gehe verstecken. Beziehungsweise brauchen wir den Generator und den Enderkopf noch. Können wir weitermachen. Ja, aber keine Ahnung, was das Chaos schicken kann, ne? Aber... Ach, ich weiß es so halt. Okay. Aber ich garantiere den für nichts. Wenn ich One-Hit bin, bist du schuld. Es hat mich mit der vorherigen Rüstung ungehütetert. Okay. Deutet also nichts Gutes. Also ich muss erst warten, bis das Schild da ist, ne? Du musst... Also er sagt jetzt was, aber ich habe es nie verstanden. Es geht heute zum Tag in Vertikal. Okay. Das könnte geil aussehen. Warten. Bla, bla, bla. Ich weiß nicht, warum in der Fakke? Ich sehe nichts da oben. Äh, warte mal. Ich habe dort... Klar. Ne, habe ich ja nicht. Das ist ein Wert von über 80%. Ich habe 92 gewonnen. Und hier ist unsere Theorie. Jetzt draufhauen. Habe ich? So gut, dass sie bestätigt worden ist im Gegensatz... Angreifen. Okay, geht nicht. Ah doch, geht doch. Ah, da scheinen wir zu überleben. Er hat noch nichts Speziales eingesetzt. Er hat bloß... Oh. Okay. Okay, der hat mich tot getrampelt. Es war gut, aber das ist ungewöhnlich. Ich hätte doch nicht mehr durchgegen können. Also du darfst nicht drunter sein. Nehmt ihm die Rüstung weg. Sofort, schnell. Leute, rennt. Weil Louis hat die Rüstung nicht. Ich bin doch jetzt tot, also. Er ist tot. Okay. Da, 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 da. Okay. Äh, der bleibt doch jetzt da, oder? Äh, ja, ich glaube schon. Ha, nicht so gut. Weil Louis ist unfähig? Ah, Louis? Ja. Bleib doch mal stehen. Kann ich gar nicht. Muss wieder zurück. Wohin denn? Zu meinem Chaos Guardian. Ich will gleich wieder sterben lassen. Achso. Ja, okay. Muss ich meine Sachen zurückholen. Der hat meine Sachen geklaut. Ah, okay. War es ein Frosch? Ich habe keine Ahnung, was der Frosch hat. Ah, ein Frosch. Autsch. Mal gucken. Hm, das klappt so nicht. Vielleicht schuldig, minimal. Hallo. Toll. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Ich? Nein. Das war für vorhin. Föhlens. Das war für vorhin. Du hast mich auch umgefahren. Wir sind wieder quitt. Aber wenn das mit der Rüstung nicht funktioniert, was geht denn dann überhaupt? Infinity. Wie Infinity? Infinity. Verdammt. Das Chaos Chicken hat zugeschlagen. Schade. Na ja, gut. Wir machen dann mal weiter. Hm, das ist aber nicht so schön. Ich frage es mal ein ganzer Stuff. Wie komme ich da jetzt dran? Wollen wir hier nun etwas bewegen? Äh, ich mach das ganz einfach. Rüstungsteil. Rüstungsteil. Ja, ich hab auch mal eine Rüstungsteil. Lass uns mal was anderes probieren. Lass uns mal den Bow bauen. Den Bogen aus... Vielleicht können wir ja mit Fall und Bogen hier ein bisschen. Ja, mit Fall und Bogen. Mach mal. Ja, dieses Neue ist in dem Fall. Ich hätt gern meine Sachen wieder. Nicht, das was ich ja wollte. Ja, nicht nur du. Ohne, du willst direkt dran bauen? So hast du schon ein Draconic Bow gebaut? Ich werd erstmal gucken, die sollte eigentlich funktionieren. Hätt die einen in die Wand gemacht oder zwei. Japp. Hm. Ohne. Ich hänge gar nicht. Hm. Ein animiertes Konstrukt. Ja, die sieht man da hin. Achso, gut. Näher komm ich nicht rein. Ich hänge fest. Ich komm nicht raus. Wie willst du zumachen? Nee, näher kommst du nicht ran. Ja, ich bin gerade ein bisschen herangetroffen. Ich hab meine Kraft holen können. Und dann hat er dich nicht getötet. Nee, ich bin schnell genug weggekommen. Warum willst du zumachen? Ich würd's so lassen. Ich würde es so lassen. Ja, nee, nicht komplett zu. Das war ne tolle Idee bei Louis. Nö, ich hätte... Hör auf zu heulen jetzt. Ohne. Ich heule nicht. Ich hätte das hier auch noch senkrecht runtergemacht. Kriegen wir schon hin. Wart's mal ab. Und die eine in die Wand. Okay. Mach du mal Avarazia weiter, dass wir da vorankommen. Ich bin dabei, aber du könntest mir auch endlich mal die Rabbids machen. Ich hab keinen Rabb... Wie soll ich Rabbids machen? Bin ich ein Magier? Rabbit bait? Hab ich doch weg. Hab ich nicht. Willst du den Tusi? Hab ich ja gedroppt. Hab ich alles weggeschmissen. Was soll ich damit? Ich soll etwas studieren, dass ich aber noch nicht kenne. Animated Construct ist entweder ein Eisengolem, Schneegolem, jemand... Hat irgendwas künstlich lebendes. Ja. So. Ach, okay. Dann war es so gemeint. Weil ich dachte irgendwie animiert und ein Konstrukt. Ich dachte an Dispenser oder Hopper oder sowas. Nee, das war Dings C-Leichtseins gestern. Im Dispenser. Ich hab einen Energietunen, das war's verloren. Und das wegschießt. Oh, das was wegschießt. Das war das, genau. Energy Core Stabilisor. Gold, Apfel, Diamant und Ender. Das könnte dagegen helfen. Wir haben, also... Ihr habt nicht zufälligerweise Pigment bei euch oder so, ne? Ab und zu mal. Wir werden ja ab und zu rum. Warum? Nee, der Schneemann hat ihn angegriffen. Diamond, Eif, Ender. Wie hieß das Ding da? Naja, uns kann das ja egal sein, eigentlich. Aber... Mach einen tiefer, Oni. Einen tiefer? Ja. Ich hab's über uns jetzt geschlagen. Gibt's das hier? Was? Also beim letzten Stormblocks hat's ein Amulett gegeben, das gegen One-Hits hilft. Wie hieß denn das? Boah, keine Ahnung. Hier, ihr Mod-Pack-Experten, gibt's denn ein Amulett, was gegen One-Hit hilft? So... Irgendwas. Genau, das... Jetzt häng ich aber fest, C-Leicht. Warte, die müssen wir von unten einschalten. Ähm... Alle in die Seite gebracht, oder? Ja, es gibt bestimmt irgendwas, was gegen Krips hilft. Bestimmt. One-Hits. Bestimmt. Ähm... Ähm... Äh, endlich. Warte mal, man könnte nur von dritten... Also wir könnten den vierten dann hier an die Seite machen, das sind von drei Seiten und unten. Obwohl... Obwohl, warte mal, du willst doch hier durchfliegen können, oder? Ja. Ja. Hier wollen am Anfang erstmal noch das fertig machen. Das brauch man einfach nur anklicken, in der Regel. Was ist das nächste? Ähm... Mist, ist zu tief. Core not found. So. Hier kommt's. Also. Weiter im Text. Wir kriegen das hin. Wir kriegen den Guardian schon irgendwie besiegt. Da gar keine Sorgen. Und holen uns nun... Aber einfach mit. Außer wir immer eins brauchen. Emerald und Netherstars. Was machst du gerade bei Louis? Einen Bogen bauen, der cool ist. Wirklich? Ist cool? Ja, weiß ich noch nicht, ob der cool ist. Schade. In manchen Mod-Packs kann man nämlich gewisse Rüstungen immer kombinieren. Können wir dann... Wollen wir dann sehen, ob der cool war. Ob der cool war, ja. Oder ist. In dem Fall können wir die Smash-Craften... Da. Das brauch ich. Oder auch den Terror-Steel-Helmer zum Beispiel. Achso, ich muss noch da das Upgrade reinsetzen. Äh, ich glaub, das waren so viele Track-Nex. Äh, egal. Ähm, braucht einer die Schmelze gerade? Momentan nicht. Ich nicht. Nö. Willst du den Controller abbauen, Paul-Laurie? Nein, ich überlasse das heute bei dir. Hab zu tun. Ausnahmsweise, er ist ganz großzügig. Ja. Im Grunde sind das jetzt auch die Grundzüge von Thumbcraft schon gelesen. Wir müssen jetzt noch ein bisschen durchcraften. Fögens macht da echt ein Tutorial raus hier aus dem Let's Play. Was soll denn das? Ach, Quatsch. Ich zeig noch ein bisschen was. Mhm. Sind ja immerhin... Na ja, Folge 3. Folge 3. Ah. Folge 4, ne? Folge 80. Nein, 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 nein. Meint ihr jetzt von der heutigen Session? Ach so. Ja, da gut, ja gut, ja gut. Äh, wie viele sind es noch bis Folge 50? Ne, da, Emerald Clock. Ich guck gerade nach, wo wir sind. Ja, dann kommen. Weil, ich hab mir für Folge 50 nämlich etwas ausgelacht. Ach, man informiert uns darüber? Naja, wenn es so weit ist, ne? Okay. Nun sind wir schon bei 51 und er hat so, nein. Nein. Es ist nämlich Folge 50. Tada. Nein, Folge 50, ähm, nehmen wir gerade auf, tatsächlich. Tada. Really? Ja, wir sind bei Folge 5. Ja, herzlich willkommen zur 50. Folge. Ja. Oh Gott. Wo der Füchs etwas ganz Besonderes vorbereitet hat. Und wir haben nichts kaputt gemacht. Wir haben nichts kaputt gemacht. Ist das nicht toll? Ich würde aber sagen, zum Anlass dieser Folge machen wir doch eine Überlängen-Folge. Oder, Baloui? Hä? Wir sind aber 50 Minuten. Äh. Äh, Folge. Ne, so. Habe ich mir gedacht, so. Muss eh noch meinen Chaos Guardian töten. Ja. Ne? Ja, wir machen die Folge so lange, bis Baloui den Chaos Guardian entdeckt hat. Dann ist das Modbeck wahrscheinlich durchgespielt. Bis die Folge noch nicht zu Ende. Ah. Ah. So, ich brauche einen Rabbit Stew. Brauche ich noch was für einen Hasen? Wofür brauchst du denn diese scheiß Hasen-Zeugs? Ja, für Infinity-Zeug. Cosmic, Midbox und Ultimate Stew. Weil man es schon immer dafür gebraucht hat. Ja. Wer denkt sich denn sowas aus? Aber Baloui. Aber Rizio denkt sich das aus. Oh, was ist das denn? Bam, was würde ich jetzt noch mal machen? Ich habe noch keine Ahnung, was man hat. Oh. Nein, nein, nein. Oh, fuck, jetzt habe ich meinen Upgrade-Bogen in Zimente. Nein, in Zimente getan. Jetzt sind wir wieder unabhängig. Ungradet, oh, das kann nicht wahr sein. Ja, ja. Ähm. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Ich dreh echt am Rad. Dreh, dreh, dreh. Sura, ich bin noch nicht fertig. Ich glaube, das konnte er sich jetzt denken. Sura, meinst du, deine Rüstung ist besser gegen den Draconic Chicken als meine? Ich habe mal eine Gründe, warum ich das mache. Na, erzähl doch mal bitte. Nein, nein. Ach, Sura. Kann das nicht noch haben? Ja. Das ist keine Hilfe, erzähl doch mal bitte. Erzähl noch. Herr Dietzio, bitte. Ich glaube, alle wissen warum. Herr Dietzio. Du musst die meisten. Na, sag doch mal jetzt bitte. Also, solange ich tippbar bist, wie du Strom hast. Und das Schild hält. Ach so. Was zum Geier ist? Oh. Leider hilft das Ding aber nicht gegen den, 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 gegen den Kauschaden. Geht ziemlich schnell auch runter. Oh, 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 oh. Oh nein, Hase bitte nicht, nein. Was machst du mit Hasi? Schenks, lass Hasi am Leben. Wir haben nichts gemacht. Wir sind aber auch jemand hier aggressiv, ne? Ich habe doch hier aber gesehen, dass du Hasi verfolgt hast. Ja, ich wollte ihm die Karotte geben. Ja, ich... Ja, da, da. Ja. Mia, du bist fies. Was? Was? Das glaubt man dir doch total. Ja. Wir haben keinen Strom mehr? Ja. Könnte sein, ja. Ja, wir haben keinen Strom. Wo die nicht bei ein paar Folgen gesagt haben? Wo ist mein... Wo ist mein Grab? Ups, und die habe ich, glaube ich, ein bisschen von deinem Strom gefressen. Also, die produzieren noch. Schenks! Ja, ich weiß nicht, wo ich was. Wo ist mein Grab? Er möchte irgendwo Death spielen, da ist ein Grab. Nein, ist es ja nicht. Dann hast du Probleme. Mehr als das. Kein WayCard? Netzwerkstatistik, was sagt's denn? Ähm, nein. Ist so dunkel, ich seh's halt auch nicht. Nein. Lebt der Chaos-Drache noch? Ja. Ich geh nicht hin. Doch, ich brauch deine Hilfe. Geh nicht hin. Komm mal her jetzt hier und bring den Chicken-Stick mit. Ich hab keinen mehr. Erba. Du brauchst keinen Chicken-Stick. Der hat ein Schild. Nee, der hat ein Schild, dass man mich vom normalen Pferd nicht wegbekommt. Und ich hab den Chicken-Stick nicht. Und er hat auch ruhig kaputt gemacht. Oh, maaaann. Zumindest glaub ich, dass wenn das Chaos-Chicken dann angegriffen hat, sein Dings kaputt gemacht hat. Mach das Gräber kaputt! Weiß ich nicht. Dann baut doch einfach einen neuen Chicken-Stick. Ist das so schwer? Nee, aber ich hab keine Lust drauf. Ohne, du hast immer noch kein Blast-Protection gemacht. Weiß ich nicht. Du musst gerade das Strom-Problem fixen. Den Motors fehlt uns noch. Ist doch kacke. Blöder Guardian. Kompliz. Hab ich alles verloren, was ich hatte. Toll. Als nächstes brauchen wir wieder eine Serie in A. Boni, ich bin gerade mal bei der Hälfte. Daxen, ne? Kann das sein, dass das alles gerade im Draconic war? Ja. Da ist es noch nicht zum Rausfiltern, ne? Ja, die sind dran, aber warte mal. Irgendwie hauen hier ein paar Flux-Sticklechen. Alter, schuldigung. Das ist aber auch nicht viel dran. Boni. Tipp, richte ein zweites Netzwerk ein. Eins, was nur Energie produziert. Damit füllst du den Core. Und das zweite Energienetzwerk legst du den Rest. Ich schenk's. Verstanden, Loni? Warum krieg ich denn hier die Sachen nicht angeschaltet? Stefan? Ja, ich hab verstanden. Ähm, aber du kannst... Warten mal eigentlich sind die Dinge... ...auf mir... ...event-distribution stehen. Eventilалы red... ich sehe ich sehe ich sehe ich nicht so ist hat jemand Prioritäten anders gesetzt das war wahrscheinlich Schenk von Rüstung Kram er hat gar nichts gemacht irgendwo eine Mopslauter Factory da 6 nicht so effektiv äh wer hat die Fluid Importe gemacht für die beiden drei Sachen ich gehe da mal wieder zu Chaos Radien wieso? wieso? weil ich mich wundert gerade wo das ganze Fluid im System herkommt ja von mir die sind doch zu langsam hey ich habe ja gar kein Strom ja wo überhaupt Strom? die läuft zur Zeit übers Notsystem wow wenn ich ein Ding finden werde, wo ist denn der blöde Fluxcontroller wird so da steht beim Tool es geht ihm grad alle drüber dass das ME aus ich habe kein stroh das ist noch an aber ich würde sagen wir beenden die folge so ich glaube ich glaube nie bekommt ein großes großes ganz ganz großes problem also leute wir danken zugucken macht's gut bis zum nächsten mal und bleib schön tschüss